Mann, ich habe nur noch drei Emeralds. Ich habe meine ganze Kohle für V-Bucks ausgegeben. Ich muss mir echt neue besorgen. Ich habe da auch schon eine Idee. Hallo? Gib mir sofort deine ganzen Emeralds und deine Hose. Ja, besser ist das. Mit dieser Methode werde ich so reich. So, let's go. Nächstes Haus. Ey, yo. Yo, Bro. Bro, chill. Ich habe nur deine Musik ausgemacht, Mann. Gib mir deine Hose, Bro. Ich habe die meisten Emeralds von allen. Was ist das für ein Haus, Mann? Gib mir deine Emeralds, Bro. Was soll eigentlich, wo du bist? Ja, ich bin halt in einem Village, Bro. Was willst du jetzt? Du bist nicht in irgendeiner Village. Gib mal vor die Tür. Ey, yo. Das ist Emeralds Village. Was? Ja, was ist das?